Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ja, ich will jetzt nochmal zurück nach Leia Wien, auch wenn wir da jetzt ein Kopfgeld von 25 Gold haben. Aber ich hoffe, ich krieg's hin, nicht, oder zumindest bevor wir von der Wache hier erwischt werden. Die gestohlenen Sachen bei Darjean zu verkaufen. Okay, Angriffsmusik, Kampfmusik. Wer hat hier jetzt ein Problem mit mir? Ich hoffe, jetzt keine Wache. Die beeilen mich mal. So, die ist eine Wache. Aber ich hoffe, das tut uns jetzt nicht. Warte mal. Ja, Leia Wien, äh, wo war nochmal hier mein Haus? Äh, Kämpfergilde, südliche, wo war hier mein Haus? Da hinten. Auf der anderen Seite. Das hier war meins. Dann würde ich da eben ganz kurz... Oder warte mal. Er ist hier draußen unterwegs. Sucht ihr einen Hehler? Ja. Nein! Schatten mögen euch verbergen. Kann ich hier warten, dann bis es dunkel ist? Ähm. Machen wir so. Um zwölfe. Dann müssen wir bei ihm einbrechen. Hallo. Sucht ihr einen Hehler? Ja. Das sollte ein Spaß werden. Okay. Wo sind die gestohlenen Sachen? Ähm. Hier. Das Koma. Dann trank der Krankheitsheilung. Der ist gestohlen. Äh. Amount-Fans. Daran habt ihr viel Gold verdient. So. Mythische Morgenröte. Und den gestohlenen Reparaturhammer. Geht einfach weg, als würdet ihr mich nicht kennen. Ja. Schatten. Ah, warte. Sollt ihr ein Hehler? Äh. Kannst du? Ich zahle meine Geldstrafenung. Amar Christoph und Skriva haben mit den Wachen und Richtern in ganz Syrodil spezielle Vereinbarungen. Sie können allerhaft Befehle verschwinden lassen für nur die Hälfte der Geldstrafe. Okay. Bei ihm kann ich gar nichts der Richtung machen. Ich habe mein Ziel erreicht und, äh, die bist gut im Wert von über 200 Goldstöcken verhölkert. Ihr solltet ihr mal bei Skriva vorbeischauen. Vielleicht hat sie ja was für mich. Hallo. Okay. Machen wir uns mal da auf den Weg. So. Und ich bin sofort nochmal wieder da. Ich muss mal eben kurz worauf antworten. Was wichtig ist. Bis gleich. So. Und da bin ich wieder. Wäre das jetzt so gut... Boah, ich hatte jetzt kurz wieder Panik ab. Was ist das für eine... Ach! Was da? Ähm. Ist er hinter mir her? Nee. Och. Okay. Und ich habe mich schon gewundert, was das ist. Ich habe mich wirklich schon gewundert. Da ist ja einfach nur ihr Licht. Ja, wird dann jetzt nicht mein Problem sein. Also dann heißt es jetzt erstmal wieder zurück nach Bravil bei Skriva einmal Bescheid sagen. Auftrag holen. Und dann... Ja, äh... Gucken, wie das mit der Diebeskilde hier weitergeht. Vor allem auch müssen wir danach die Dunkle Bruderschaft noch machen. Und danach hätten wir, glaube ich, nur noch diese kleinen ganzen Nebenquests, die wir hin und wieder zwischendurch auch mal so machen. Und, ähm... Und da hat, äh, letzte DLC, die, äh, Shivering Isles. Und dann war es das, würde ich sagen. Ich glaube, dann hätten wir alles durch. Und ich gehe mal stark davon aus, ich werde es nicht schaffen. Tut euer Schlimmstes. Dass die mich sehen können. Dass die mich sehen konnten. Was nehmen wir mit? Oh, Dädrische und Pfeile, nice. Warum hat er nun ein Glas... Jetzt habe ich den Glasbogen mitgenommen. Ähm... Ein Dädrischer Pfeil und ein Eisenpfeil stecken in mir drin. Und ich lebe. Ja, okay, warum nicht? Wollen wir schon faszinieren, wie die da stecken. Einer sogar... Ich glaube, sogar durch den Sodaplexus kann das sein. Ich erkenne das jetzt nicht. So, könnte sein... Ne, knapp drunter, glaube ich. Ich glaube... Klemmt ein bisschen drunter. Aber da müsste es... Müsste eigentlich schon vorbei sein, wenn man da was stecken hat. Gehe ich mal von aus. Gehe ich mal von aus. Und diese eine Dings müssen wir uns auch noch ansehen. Das ist da vorne. Warte mal, wo sind wir gerade unterwegs? Okay, Richtung Bravil. Ich finde es interessant aber, dass das hier auch mit den ganzen Diebstählen zusammenhängt. Was wir machen müssen. So, damit wir hier vorankommen. Das finde ich super, auf jeden Fall. Dass es auch eine Aufgabe hat. Ein Ziel. Oh, ich juckt die Nase. Sorry. Autsch. Heute sterbt ihr. Seid ihr euch da sicher? Okay, ich glaube ja. Was ist das da eigentlich? Für eine Burg. Der Tempel des Kaisers Zero. Oder Zero. Ich müsste mal die Bücher hier, einen geschichtlichen Überblick über das Kaiserreich, mal durchlesen. Weil ich jetzt nicht weiß, wen es hier alles als Kaiser gab. Auf jeden Fall mindestens sieben Uriels. Uriels-Septime. Auch ein Bandit. Mit dem däderischen Hammer. Warum haben die keine Rüstung? Diese Rüstung wäre super. Waffen kann ja jetzt mittlerweile jeder haben. Achso, äh. Apropos. Ich kann ja den wieder anziehen. Na, was willst du wieder in meinem Fuß? Ja, ich habe immer noch die Katzen hier bei mir am Spielen. Und die verbringen sehr gerne Zeit an den Füßen. Warum auch immer. Autsch. Ach nö. Die jetzt auch noch. Aber dass wir jetzt gesehen werden. Ich vergesse das auch immer wieder. Dass wir, äh, leuchten. Nachrichten. Nachrichten. Morgen. Morgen. So, äh. Wo müssen wir nochmal genau hin? Roshanji? Roshanji? Nee. Hier war das doch. Skrivars Haus. Okay, ich warte mal. Ein paar Stündchen. Sagen wir mal vier Stunden. Bist du jetzt meinen ganzen Fuß hier hochgeklettert? Hier ist jemand einfach hochgeklettert. Na? Ich hoffe, der macht mir jetzt nicht so viele Probleme. So. Ja, ich bin hier am Spielen. Ich bin am Aufnehmen. So. Und der nächste klettert jetzt auch noch hoch. So. Darf ich jetzt hier einfach rein? Ja. Skrivars. Da bin ich. Ihr seid zurückgekehrt? Ja. Und habt ihr einen Spezialauftrag für mich? Also, ich möchte zahlen meine Geldstrafen und Gaben, bitte. Der Jäger kann seine Strafe bei der Wache entrichten, sie im Kerker abbüßen oder mir die Hälfte zahlen und mich alle Probleme beseitigen lassen. Ja, tut das bitte. Ich, äh, zahle meine Geldstrafen. So sei es. Die Aufzeichnungen über die Untaten des Jägers werden von mir zerstört. Hm. So, und jetzt lass mal über die, äh, den Spezialauftrag reden. Ich habe einen besonderen Auftrag von der Witwe eines ehemaligen Healers in Leia Wien. Als euer neuer Doyen gebe ich euch den Auftrag, ihr zu helfen. Ein Straßendiebstahl der Witwe Adagi, ein Ring, der ihr sehr am Herzen liegt. Sie hat eine Belohnung in Aussicht gestellt. Die Gilde missbilligt freiberufliche Diebe. Ich lass die mal runter, ja? Seid ihr willens, euch nach Leia Wien zu begeben, den Ring zu finden und ihn Adagi zurückzubringen? Äh, ich werde dieser armen Witwe helfen. Gut. Begebt euch nach Leia Wien. Sprecht mit Adagi und helft ihr, ihren Ring wiederzufinden. Gute Jagd. So, ich hoffe, ich kriege ein bisschen Katzenbonus, weil ich Katzen im Video jetzt habe. So. Auf nach Leia Wien. Das war jetzt aber auch dieselbe Katze wie im letzten Video. Äh, ich habe mein Ziel erreicht und die ist gut im Wert von über 200 Goldstücken verhökert. Hier sollte man bei Scriber vorbeischauen. So. Okay, äh, Scriber bat mich um die Beschaffung. Aua. Gizmo. Du willst unbedingt hier hoch, ne? Ja, okay. Guten Morgen. Gizmo will hier hoch, der will hier oben sein. Ich ziehe aber mal den Ring wieder aus. Äh, nein, nicht. Nein. Äh, das hier. Kann sein, dass hier jetzt gleich ein bisschen was rumst. Oder die Cam ein bisschen sich verdrehen wird. Ist, nein, da, nein, da nicht, da nicht. Da nicht. Was willst du mal hier oben? Bist du neugierig, ne? Ne, du, 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 lieber, spiel lieber unten, ja? Spiel, spiel. Okay, äh, sorry, Scriber noch mal. So, hat mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Der hätte hier, äh, auf dem Stream Deck von mir, äh, beinahe irgendwelche Knöpfe gedrückt. Und dann wäre passiert, dass vielleicht die Aufnahme weg wäre. Oder ich auf einmal plötzlich, äh, live wäre, ohne live sein zu wollen. Und, ähm, ja, oder das, äh, Soundbissen vielleicht verstellt wurde. Aber er hat zum Glück dann nichts gedrückt. Der hat aber Spaß hier hochzuklettern, immer mein Bein. Selbst wenn ich irgendwie was, äh, auch so hier arbeite oder so, der, der klettert immer gerne hier hoch. So, und, äh, jetzt habe ich auch nur zur Hälfte mitbekommen, selber, leider. Ähm. Wir müssen jetzt einer Witwe helfen, irgendwas. Aber was genau, äh, habe ich jetzt wegen Katzen nicht mitbekommen. Ich versuche gerade nachzudenken. Was wurde gesagt? Was habe ich, äh, irgendwie... Ah, herrlich. Ich, ich muss jetzt, ich muss jetzt wirklich mein eigenes Let's Play ansehen, so, um zu wissen, was... Okay, wenn, wenn ich die Thumbnets mache und so weiter, ich muss eh, ich schaue da eh nochmal rein. So, im Schnelldurchlauf. Dann weiß ich so ungefähr grob, worum es nochmal ging. Außer wenn ich mal verschlafe, die Thumbnets zu machen. Ähm. Wie, wenn diese Folge hier rauskommt vor ein paar Tagen, da hatte ich einmal irgendwie wieder verschlafen gehabt, äh, ein Thumbnets für Enderal hochzuladen. So, und, äh, ja. So, wie viel fehlt uns eigentlich noch an Skills bei... Weltkampf ist ja voll, Blocken ist voll, Schwertrussupport, Änderung, Zerstörung, Illusionen, Wiederherstellung haben wir bald voll. So, und hier, ähm, Nahkampf müssen wir auch noch machen, ähm, reicht ohne Waffen an. Ich hätte das eigentlich Faustkampf genannt. Stumpfe Waffen müssen wir noch voll machen. So, wir haben aber keine Stumpfe Waffe mit uns, ne. Akrobatik schon bei 75, das finde ich schön. Äh, Athletik bei 67. Okay, wir müssen mehr rennen. Ja, aber wenn ihr irgendwas im Hintergrund hört, so Geräusche oder so, das sind die Katzen, die hier irgendwie irgendwas machen, dann blöd sind. Sind ja fünf Katzenbabys. Drei von denen sind schon quasi vermittelt, sobald die abgegeben werden können. Der Gizmo, den ihr gerade gesehen hattet. Und dann noch zwei weitere, die beiden Mädchen. Dann suchen wir ja noch für... Ne. Einer, einer muss nur noch vermittelt werden. Entschuldigung, da hab ich mich jetzt vertan. Einer ist seit kurzem vermittelt. Und dann ab Dezember seht ich hier dann nur eines der Babykatzen noch. Was braucht ihr, Meister? Und die wird dann hin und wieder mal ein bisschen für Ärger sorgen. So, hier ist das Ding besiegt, oder? So, Lea Wien. Mit wem müssen wir reden? Ist das die Witwe? Habt ihr meine Münze? Die der Stagina. Ich spare, um Medizin kaufen zu können. Vielen Dank, mein Herr. Oh, sehr gerne. Und wegen, äh, Adagi. Sie lebt im Westen der Stadt. Abends geht sie gerne in die drei Schwestern. Mittags speist sie jedoch in den fünf Clown. Okay. Okay, da maust einer wer. Ich bin einmal kurz weg. Äh, mal gucken, was bei den Kleinen jetzt wieder ist. So, und dann bin ich wieder. Sorry. Da, äh, hatte ich jetzt kurz Sorgen gehabt. Oh, da ist sie ja schon. Sieht mir ganz diebisch aus. Warum nähert sich die Beute mir? Die Beute nähert sich dir? Äh, Adagis gestohlener Ring? Ja. Ein dreckiger Argonia hat meinen wertvollen Ring gestohlen. Es war ein Geschenk meines Gefährten. Er hatte für mich großen Erinnerungswert. Ich werde euch gut bezahlen. Die dumme Echse jagt unter dem Namen Amusai. Findet ihn, findet den Ring. Lasst ihn leiden. Tötet ihn. Und ich werde zufrieden sein. Okay, äh, die Gilde missbelegt das Töten. Blöde Gildenregeln. Er ist nur ein Argonia. Er ist weniger wert als ein Mensch. Und viel weniger als ein Kajid. Wenn ihr schon sein Leben schonen wollt, dann lasst ihn wenigstens leiden. Gizmo, was willst du wieder hier oben? Ja, ich gucke mal, wie ich das hin kriege. Geschickt, gejagt. So, wir haben wieder zwei Questmarker. Nein, nicht auf den Ausschaltknopf. Nein, 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 nein. Lauf dann lieber hier rum, ja? Aber bitte nicht auf den Ausschaltknopf vom PC. Das wird eine Bilderfolge heute. Es tut mir leid. Eine Münze für den alten Bettler. Äh, Ransid. Ich möchte doch nur genug, um meine Kinnas füttern zu können. Meine Kinnas? Äh, ja, ich habe deine Münze. Vielen Dank, mein Herr. So, und jetzt wegen Amusai. Das arme Schwein wurde festgenommen. Hat offenbar versucht, die Gräfin zu betrügen. Nun rottet er in einer Zelle im Schloss Kerker vor sich hin. Es ist allgemein bekannt, dass sich die Gefängniswärter bestechen lassen, wenn man einen Gefangenen besuchen möchte. Ah, okay. Wir können die Gefangenen bestechen. Wir können es denn da euch segnen. Okay, äh. Machen, bestechen. Ich freue mich, sobald wir den grauen Fuchs eigentlich hier kennenlernen. Was? Was machst du da? Nein. So. Komm. Komm. So. Bin da unten, ja? Spiel mit den anderen. Sorry, wirklich. Der macht dich nur blöd zum Lüge. Hier oben auf. Hätte ich nicht auf den Tisch tun sollen. Aber der will immer hier hoch. Der ist stur. So, Ratsal. War hier drin dann Gefängnis? So. Hi. Hi. Ist hier das Gefängnis? Kerker, ja. Ich speichere vielleicht einmal. Wegen Amosai. Ja, den haben wir hier. Er darf jedoch keine Besucher empfangen. Das ist gegen die Bestimmung. Anweisung des Graf. Äh, nicht mal für 20 Goldstücke? Amosai sagt dir. Ich dachte, er wünscht Amodai zu sehen. Er darf keinen Besuch empfangen. Amosai ist jedoch einfach den Gang runter. Fasst euch kurz. Okay, dankeschön. Ich muss zurück an die Arbeit. Einfach den Gang hier runter. Hier. Ah, dankeschön. Das ist ja nett. So. Amosai. Was wollt ihr? Äh, Adagis Ring. Warum sollte ich euch sagen, wo er ist? Hier sitze ich im Kerker von Lejavin, während ihr frei seid. Was werdet ihr für Amosai tun, wenn ich es euch erzähle? Ich würde, äh, und wenn, ich hab keinen Dietrich hier. Äh, wenn ich ein gutes Wort für euch einlege. Ihr meint mir der Diebesgilde? Sicher doch. Dann bin ich wenigstens ein Mitglied von Stand, wenn sie meinen Kopf auf einen Pfahl spießen. Seid ihr ein Idiot? Ich will, dass ihr mich hier rausholt. Ich will keine blöde Gildenmitgliedschaft. Und, äh. Was, wenn ich euch am Gewinn teilhaben lasse? Und was soll ich mit dem Geld, wenn sie mich aufhängen? Ihr müsst einen Weg finden, mich hier rauszuholen. Dann können wir uns unterhalten. Abgesehen davon, seid ihr ein Dieb. Ihr würdet den Ring doch nur verkaufen und mich dem Henker überlassen. Und wenn ich euch einen Dietrich gebe? Was würdet ihr für mich tun? Vielleicht seid ihr Typen von der Gilde ja doch nicht so mies. In Ordnung. Abgemacht. Gebt mir einen Dietrich und ich erzähle euch von dem Ring. Äh. Was hat euch eigentlich nach Lea Wien zerschlagen? Die Diebesgilde wollte mich nicht aufnehmen. Daher kam ich hierher. Lea Wien ist mein Zuhause. Hier bin ich aufgewachsen. Ich kam zur Kaiserstadt in der Hoffnung, in die Diebesgilde aufgenommen zu werden. Nun muss ich als freiberuflicher Dieb arbeiten. Hast du denn einen Gewerbeschein dafür? Geht nur. Lasst mich hier ruhig verfaulen. Warte mal. Gibt es hier Dietriche? Pinsel? Oder kann ich die Tür selber aufmachen? Was wollt ihr? Die Tür ist offen. Geht nur. Lasst mich hier ruhig verfaulen. Was wollt ihr? Die Tür ist offen. Geht nur. Lasst mich hier ruhig verfaulen. Ich wünschte, ich hätte jetzt einen Dietrich mitgenommen gehabt. Ah, der neue Favorit der Diebesgilde. Was wollt ihr? Geht nur. Lasst mich hier ruhig verfaulen. Habt ihr euch verirrt? Wir suchen Dietrich. Kein Dietrich. Auch kein Dietrich. Ein Reparaturhammer, aber kein Dietrich. Bei wem kriege ich jetzt einen Dietrich her? So, okay. Also, Dietrich kaufen und dann wieder zurück. Deja müsste doch Dietrich haben. Wo hat er nochmal gewohnt? Hier irgendwo. Hier irgendwo. Ist er zu Hause? Nee, hat er, hat er Dietrich hier? Eine Dietrich hier. Waffenhandbuch. Skuma. Warte mal. Nee, ich dachte, da könnte man scrollen. Alkanettblume. Äh. Okay, Deja. Wo könnte er sein? Fünf Clown-Unterkunft ist er vielleicht hier drin? Äh, Shamara? Äh, nein. Hat sie nichts. Habt mit Leid nur eine Münze. Ich möchte doch nur genug, um meine Kinders füttern zu können. Ja, eure Kinders? Hier, äh. Vielen Dank, mein Herr. Möge Mystara euch sehen. Mystara? Wer war jetzt Mystara? 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 Also, ich weiß, Mystara war, äh, eines der Ädras oder Dädras. Die, ein, also, der Kajitas-Namen für einen von denen. Nur für wen? Wo ist Deja hin? Ich seh ihn nirgendwo. Zu den drei Schwestern, vielleicht ist er hier? Mach halt. Hallo? Gut, was kann ich für euch tun, Bürger? Nichts, nichts. Ich glaube, hier finde ich den nicht. Aber wenn man mal einen Hehler braucht, dann ist er nicht da. Hier will ich hier mal kurz einkaufen. Seid mir gegrüßt. Früher hielt ich euch für einen Helden. Ja, ja, Klappe. Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Wenn ihr einen Dietrich habt. Schönen Tag. Wo ist der? Der war doch hier in Lea Wien. Bin ich doof? Ich glaube, ich bin doof. Warte mal. Ähm, hier, äh. Gut, der Wert von über... Jetzt ist er markiert. Was macht er hier hinten? Sucht er einen Hehler? Ja. Oh. Schatten mögen euch verbergen. Okay, noch mal ein paar Stunden warten. Acht Uhr, dann wird er... Sucht ihr einen Hehler? Schatten. Schatten. Noch mal vier Stunden. Ich glaube, ich werde... Diese oder die letzte Folge hier, äh... Sucht ihr einen Hehler? Sucht ihr einen Hehler? Ja. Das sollte ein Spaß werden. Die, die ich 100 Stück hatte. Geht einfach weg, als würdet ihr mich nicht kennen. Schatten mögen euch ver... So. Adagis Erbstück. So. Jeder wird erchillter nur noch. Verzeihung, aber ihr müsst jetzt gehen. Ihr habt ja unten nichts zu suchen. Äh. Wiedergefungener Ring der, äh, Karofamilie? Ich glaube, es wäre für mich nicht angebracht, mit Fremden über Familienangelegenheiten zu sprechen. Ja? Wie? Ab, i, i, ab, ab. Seht ihr? War das schwer? So, ähm... Gerüchte? Einige Mitglieder der Kämpfergilde haben bei Sherina ihre Klingenkünste aufpoliert. Sie ist gut und macht keinen Hehl daraus. Okay. Äh, wiedergefungener Ring der Karofamilie? Die Greifen ist hoch erfreut, ihren Ring zurückzuhaben. Ich glaube, sie hat ihn seit Tagen nicht abgenommen. Wenn ihr die ganze Geschichte hören möchtet, sprecht mit Lidara. Okay, äh... Die Suche nach, äh, Alessia Caro. Morgens weilt sie bei der Stadtkapelle. Um 8 Uhr hält sie ihr Abendmahl in der Burg. Und um kurz nach 11 Uhr zieht sie sich zur Nachtruhe zurück. Sie reist an den Eden jedes Monats nach Korol. Zwischen dem 15. und 17. braucht er sie erst gar nicht zu suchen. Okay. Äh... Ich muss zurück an die Arbeit. Darf ich jetzt wegen der Uhrzeit nicht hier sein? Wahrscheinlich... Ja, es ist mitten in der Nacht. Vermutlich jetzt daran. Und jeden Monat zwischen dem 15. und dem 17. ist die... Ihr habt ja unten nichts zu suchen. Aber... Ich muss zurück an die Arbeit. Ihr habt ja unten nichts zu suchen. Äh... Ich muss... Warte, er kann... Er kann hier was... Diese Frage gefällt mir irgendwie gar nicht. Plant ihr etwas Schändliches? Nein, nein. Er will doch einfach. Nein, nein. Ich plane nichts Schändliches. In Ordnung. Dafür bekommt ihr etwas. Ja, dann... Ich muss zurück an die Arbeit. Äh... Was wollt ihr? Äh... Ich vertraue euch nicht genug, als dass ich mit euch darüber sprechen könnte. Warte mal. Ich schu... Ist das jetzt... Okay, ich lade hier nochmal neu. Und hole mir jetzt direkt einen Dietrich. Weil es hat nicht gefunst. Ich konnte mit ihm nicht reden, obwohl wir einen Dietrich in der Tasche hatten. Ah... Das waren jetzt einige Minuten jetzt verschwendet. Wirklich. So. Ähm... Dejan. Müssten wir reden. Erst Dietrich holen und dann... Tut euch keinen Zwang ab. Äh... Äh... Da geht. Ja. Das sollte ein Spaß werden. Ein... Dietrich. Geht einfach weg, als würdet ihr mich nicht kennen. Ja. Okay. Schatten möge euch da werden. Hier. Und, äh... Adagis, äh... Ja, stimmt. Da müsste es jetzt einfach endlich klappen, oder? Vielleicht, weil ich ihn befreit habe, ohne, äh... Dass ich ihn befreien durfte. Was ist? Ihr habt ja unten nichts zu... Wegen Amu-Sei. Ja, den haben wir hier. Er darf jedoch keine Besucher empfangen. Das ist gegen die Bestimmungen. Anweisung des Graf. Okay, äh... Nicht mal für 20 Goldstücke. Amu-Sei, sagt ihr. Ja. Ich dachte, ihr wünscht Amu-Dai zu sehen. Nein, ich meine Amu-Sei. Er darf nicht den Besuch empfangen. Amu-Sei ist jedoch einfach den Gang runter. Ja, mach ich. Okay. Ja, ist ein Missverständ... Ich muss zurück an die Arbeit. Ja. Aber kann mal passieren. Ist ein Missverständnis. Ich meinte schon Amu-Sei und nicht Amu-Dai. Dass er da Verständnis für hat. Finde ich super. So. Amu-Sei. Was wollt ihr? Ja, was... Äh, was will ich? Äh... Äh... Adagis Ring. Warum sollte ich euch sagen, wo er ist? Hier sitze ich im Kerker von Lejavin, während ihr frei seid. Was werdet ihr für Amu-Sei tun, wenn ich es euch erzähle? Ich würde euch einen Dietrich geben. Was würdet ihr für mich tun? Vielleicht seid ihr Typen von der Gilde ja doch nicht so mies. In Ordnung. Abgemacht. Gebt mir einen Dietrich und ich erzähle euch von dem Ring. Hier, nehmt diesen Dietrich. Sonnige Freiheit. Ja, ich hab den Ring Adagi gestohlen. Als ich ihn verkaufen wollte, sagte der Hehler, er wäre zu heiß. Er zeigte mir eine Prägung, die auf der Innenseite angebracht war. Für Alessia. Das konnte nur die Gräfin von Lejavin sein. Der verdammte Ring war gestohlen. Ich dachte, ich könnte ihn der Gräfin gegen eine Belohnung zurückgeben. Aber sie legte mich rein. Ich wurde wegen Diebstahls verhaftet. Und sie behielt den Ring. Die Gräfin verlässt die Burg selten. Viel Glück bei der Wiederbeschaffung. Die Info, die wir bekommen hatten von den Wachen, ging um den Ring, den er hatte. Und nicht irgendein anderer Ring. Der Ring der Gräfin. Was wurde gesagt? Die Gräfin ist... Bitte gebt reichlich, edler Herr. Ja, äh... Hier, äh, hab ihr eine Münze. Vielen Dank, mein Herr. So, wiedergefunden der Ring der Karo-Familie. Alessia Karo hat also ihren Ring wieder. Und nun, möchtet ihr wissen, wo sie ihn aufbewahrt, damit ihr ihn erneut stehlen könnt? Ja. Meine Taschen sind derzeit nicht gerade gut gefüllt, wenn ihr versteht. Ach, hier. Ich selbst weiß nicht, wo sie ihren Ring aufbewahrt. Doch ich weiß, wer euch helfen könnte. Sprecht mit Lidara Mottrill. Sie ist die Zofe der Gräfin. Sie ist gegen 8 Uhr im Schloss zu Abend. Vielleicht ist Süßholzraspeln angesagt. Doch sie weiß alles über Alessia Karos Gewohnheiten und Pläne. Ihr solltet wissen, dass es noch andere Geheimnisse in der Burg gibt. Okay, welche Geheimnisse? Es soll eine geheime Folterkammer geben. Es heißt Graf Marius verhört dort argonische Immigranten aus Schwarzmarsch. Das Dienstpersonal spricht davon, dass die Argonier in den Kerker geschleppt werden und nie wieder auftauchen. Ihr solltet euch sicherheitshalber von dort fernhalten. Möge Anu euch sehen. Okay. Es gibt hier einen Kerker, eine Folterkammer. Ich bin jetzt neugierig. Also, ähm... Ähm... Ihr seid heute guter Dinge, gnädige Frau. Gnädige Frau... Was? Ähm... Wenn das nicht der Stolz von Lea Wien ist, wie kann ich euch behilflich sein? Ja, ähm... Ich möchte gerne etwas über die dunklen Geheimnisse auf Schloss Lea Wien erfahren. Psst! Es ist gefährlich, darüber zu sprechen. Wir könnten gehört werden. Irgendwo im Keller gibt es einen Geheimgang, der zu den Privatgemächern der Gräfin führt. Dort ist die Folterkammer. Manchmal kann ich in meinen Gemächern die Schreie der Gefangenen hören. Okay, und... Wiedergefunden der Ring der Karo-Familie? Gräfin Karo ist hoch erfreut, den Ring zurückzuhaben. Er war jahrelang verschwunden. Sie trägt ihn ständig. Also, nicht andauernd. Ich meine, sie legt ihn des Nachts und vor dem Baden in ihre Schmuckschatulle. Keine echte Dame würde ihren Schmuck im Bett tragen. Okay, ähm... Und die Suche nach Alessia Karo? Morgens weilt sie bei der Stadtkapelle. Um 8 Uhr hält sie ihr Abendmahl in der Burg. Und um kurz nach 11 zieht sie sich zur Nachtruhe zurück. Sie reist an den Iden jedes Monats nach Koroll. Zwischen dem 15. und 17. braucht ihr sie erst gar nicht zu suchen. Okay, danke für die Info. Ich glaube, die gnädige Frau ruft nach mir. Ich hoffe, dass sie mit gnädige Frau nicht mich meint, weil die Frau auch irgendwie meinte, ich sei eine gnädige Frau. In den Keller. Ich speichere einmal. Vielleicht einmal, dass sie aussehen. Dann ist es dunkel, dann werden wir nicht mehr so gesehen. Hier ist irgendwo ein geheimer Gang. Ist das ein geheimer Gang? Ja, ich stimme. Da hatten wir was gesehen gehabt. Ja, hier ist auch eine Tür zu erkennen. So, da. Da ist der Hebel? Geheimer Raum? Okay, was auch immer die mit der Tinte vorhat, mit den Gefangenen. Ähm. Was? Zinnmesser? Silberkriegshammer? Schädel? Dreifzirkel? Silberpfeile? Eisenbeinschienen? Was? Was hat die Gräfin hier vor? Was macht die hier mit den Gefangenen? Ist das so eine Art Schau? Für Schaulustige? Das sieht für mich danach aus. Äh, ich würde den wieder ausziehen. Sorry. Apropos, äh, vielleicht einmal die Sachen wieder reparieren. Nur um sicher zu sein. So, der gestohlen ist weg. Musik Oh sorry, dass ich gerade viel husten muss Trink mal lieber, erst mal Okay, äh Gucken wir mal auf Minimap Nach da vorne muss ich hin, okay Ich hoffe, ich werde jetzt nicht gesehen Und dann Wahrscheinlich hier in der Schmuckschatulle Läser Schmuckkiste Warte mal Kann ich mich hier irgendwie irgendwo im Dunkeln Verstecken Oder wenn ich jetzt Einen Unsichtbarkeitsring anziehe Einmal Speicher Und dann Können wir an den ersten Berufs nicht warten Okay, wenn ich jetzt im Dingens bin In dem Kann ich hier warten? Nee Ich hoffe, ich habe echt jetzt Wo war der? Da Dann gehen wir nochmal hoch Warten wir hier Acht Uhr abends Sechs Sieben Acht Neun Zehn Zweiundzwanzig Uhr 11 Uhr geht ihr ja zu Bett Also das hier finde ich echt krass Mit der Folterkammer Ich wärme mich gerade erst auf Ähm Mahai Was werden jetzt Wenn ich mich jetzt beeile Und das wieder zumache Ganz schnell Okay, Mahai Einmal vielleicht die Waffe weg Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn töte Direkt Schlüssel Eine Erdbeerrate 222 Gold Aber ich war doch unsichtbar Und wieso können die mich sehen? Ach nee, nicht, dass ich jetzt nochmal laden muss Laden Und noch ein Versuch So, der geheime Raum Hier ist ja niemand Vielleicht muss ich einfach Schleichen besser skillen Ich speichere nochmal hier Nur um sicher zu gehen Dann ganz leise und langsam Warte mal, wenn ich Einfach mal All die Sachen hier ausziehe Ähm Dann sind wir sehr leise Wir knirschen jedenfalls nicht Vielleicht hier nochmal speichern Nur um sicher zu gehen Hat er mich gesehen? Ich bin doch unsichtbar, oder? Ich bin doch unsichtbar Was ist mit denen jetzt? Es ist wenigstens nicht Mahai, der mich da nervt Der da auf mich wartet Was ist jetzt mit der Wache? Ich speichere vielleicht noch einmal In Unterwäsche dürfte mir jetzt nichts passieren Hoffentlich Bei den Göttern Haltet auf der Stelle ein Äh Dann zahle mit Wo ist der Ring? Tut euer Schlimmstes Ja gut Steht hier irgendwie was? Alessia Karo scheint den Ring dauernd zu tragen Was seine Entwendung wirklich schwierig gestaltet Ich habe jedoch erfahren Dass sie ihn nachts abnimmt Ich muss mich in der Nacht In ihr Schlafgemach schleichen Und ihr Schmuckkästchen durchwühlen Wie spät haben wir es denn? Sechs Uhr abends Ja gut, dann würde ich sagen Wir machen den Diebstahl in der nächsten Folge Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart Ich bin's, euer Max Deus Und ciao Ich bin's, ich bin's, ich bin's Ich bin's, ich bin's, ich bin's Ich bin's, ich bin's Amen. Amen. Amen.